Liebe Habit-Fans, und jetzt, jetzt, angehen gemeinsam. Das ist unsere Fuschen, wir sind in der Kabine gegangen. Hier die Meisterschafts-Fellung von Raddich. Mit der Nummer 29, Marco. Mit der Nummer 4, Tomas. Mit der Nummer 5, Thanos. Die Nummer 6, Mario. Mit der Nummer 7, Philipp. Die Nummer 8, Stefan. Mit der Nummer 9, Robert. Die Nummer 11, Stefan. Mit der Nummer 14, Florian. Die Nummer 20, Maximilian. Und mit der Nummer 22, Mario. Mario. Mit der Nummer 8,uding. Und mit der Nummer 9, Henry.